Welcome back bei Dirty Talk. Um es in den Worten meines Gastes zu sagen, heute wird die Branche auseinandergenommen. Ihr erfahrt, wann es die richtige Entscheidung ist, seinen eigenen Vater zu ghosten, warum SafeSex auch mal nach hinten losgehen kann und wie ich lerne, meinen nächsten Shitstorm zu handeln. Willkommen beim Dirty Talk. Ich bin wieder zurück auf meinem Sofa aus der Winterpause und ich kann euch eines sagen. Die Sterne stehen gut, die Vorhänge sind gebügelt und ich verspreche euch nicht zu viel, wenn ich sage, mein heutiger Gast ist eine Ikone und das nicht nur am Hamburger Hauptbahnhof. Er ist so beliebt, dass Google sich selbst schließt, wenn er nach dem Wort Shitstorm sucht. Dieser Mann sieht so jung aus, dass er sogar beim Mütze kaufen seinen Ausweis zeigen muss. Hier kommt der ungeschlagene King of Entertainment. Macht mal Lärm für Teddy Techlefran. Du kannst gerne hier reinsprechen. Stimmt, ich habe es vergessen. Es war die schönste Anmoderation, die ich gehört habe bis jetzt. Dankeschön. Oder war da ein Diss drin? Ne, ne? Ne, da war kein Diss drin. Ich konnte von hinten nicht so gut hören. Es hat sich sehr gut angefühlt. Das war auch so gemein. Schön, dass du hier wirst. Danke, dass ich hier sein darf. Wir treffen uns ja wieder nach ungefähr fast drei Jahren und du siehst immer noch genauso aus wie vor drei Jahren. Gleichfalls. Also ich würde sagen, ich sehe schon ein bisschen anders aus. Du siehst besser aus, ne? Ja, würde ich auch sagen. Ich habe auch, als du es gerade zu mir gesagt hast, habe ich auch gedacht, ja, eigentlich sehe ich auch besser aus. Eigentlich einfach gut. Ne, aber es sind schon drei Jahre abgefahren. Ja. Und es war voll schön, ne? Das hat Spaß gemacht. Und ich muss auch sagen, ich habe erst zugesagt, weil wer schiebt mir die Show, als ich wusste, dass du dabei bist. Ehrlich? Weißt du, was mich geflasht hat, Jane? Die Flasche Wein aus Litauen, die ich dir mitgebracht habe. Ey, warum weißt du das? Habe ich dir das schon gesagt? Ne. Du bist ja krass. War es das gut? Diese Geste, ne? Also für alle Zuhörer. Wir waren Backstage und Joko hat eine Rede gehalten, ne? Joko hat eine Rede gehalten, das war toll. Ja, genau. Und dann kam Shirin und hat total, weißt du an, was mich erinnert hat? Meine Mama, ne? Weil die so dann mit dem, was sie haben, dann so als Gastgeschenk was zu trinken bringen. Und dann kommst du um die Ecke, noch Haare, noch nicht fertig und so, hey, ganz kurz. Hier, ich habe euch was mitgebracht. Und ich war so. Also jetzt, man könnte annehmen, dass der nicht mir gehört, weil er nicht meine Größe hat oder dass er geliehen ist oder gespansert. Das ist natürlich nicht so. Das ist, ich würde einfach nochmal ansetzen. Nicht so, krass. Die bringt einen Wein mit. Ne, und dann habe ich den weggeworfen vor Freude. Interessanterweise habe ich diesen Moment schon ganz oft Freunden erzählt. Das ist aber nett von dir. Spiegel nur das, was du da gemacht hast. Ich fand das voll rührend. Und deswegen hast du mir heute den Ring mitgebracht. Deswegen wollte ich gerade sagen. Deswegen dieser Goldring. Weil du kommst auch nicht mit leeren Händen. Ich komme nicht mit leeren Händen. Ich bin doch nicht dumm. Hallo Shirin. Ich feiere die Geschichte von dem Kommen mit leeren Händen. Was für ein Honk wäre ich. Willst du den jetzt haben? Ja, ich würde den schon gerne jetzt haben, ja. Oder soll ich lieber nochmal nach einem anderen gucken? Den dann, ne? Ne, ne, klar. Ich gönne es dir, weil... Weil du hast dran gedacht. Das war so vorbereitet. Voll, voll, voll. Ja. Jeder Gast muss ja eine Frage mitbringen, ne? Ja, das stimmt. Ich habe eine Frage. Hat auch was mit, wer steht mir die Show, als wir uns da kennengelernt haben, zu tun. Weil ich habe dich damals gefragt, Jane, wieso gehst du eigentlich auf Tour? Kannst du dich daran erinnern? Ich kann mich nur daran erinnern, dass du für mich ein sehr weites und überraschendes musikalisches Know-how hattest über Samples, von denen ich noch nichts gehört habe. Also ich weiß auf jeden Fall, wir hatten das Thema Musik. Ich fand es krass, wie viel du wusstest von allen möglichen Leuten, welches Sample von wem ist. Aber an Tour kann ich mich nicht erinnern. Ja, ich habe dich gefragt und du warst so, ich weiß nicht, irgendwie, ich weiß nicht, ob du gesagt hast, ich traue mich nicht. Du warst auf jeden Fall nicht ready. Stimmt, ja. Was ist passiert? Wie hast du es hinbekommen, dass du dich getraut hast, dann eine Arena zuzumachen und stehst da vorne, als wäre nichts gewesen? Ich sage dir ehrlich, Verträge, Verträge, die du einhalten musst, sonst kannst du private Sitzelwünsche, das war so meine letzte Möglichkeit. Du direkt, hey, ich bin schon am Proben, Zeit, Step, fort, zurück, hey, die Show steht schon. Gib ihm, gib ihm, hier bin ich. So ungefähr hast du gelaufen, ich muss mich tatsächlich dann überwinden, ich habe viel geprobt. Du lädst mich aber zu deiner Tour ein, habe ich gehört, mit Special VIP-Karten für das ganze Team. Wow, vielen Dank, Leute, macht mal einen Applaus. Come on. Hey, ich habe auch nicht gesehen, dass es so viele sind, ne? Wäre cool, wenn du mir den Ring zurückkippst. Wie sieht das für dich aus in der Vorbereitung? Also was ist dein, willst du dich immer steigern, willst du was besser machen? Oh ja, voll, ich bin niemand. Du bist Sternzeichen Jungfrau? Nein, das steht im Netz. Ja, was bist du denn jetzt? Das ist ein bisschen kompliziert, ne? Hast du keine Geburtsurkunde? Guck mal, jetzt kommst du der Sache schon näher. Die tauchte erst spät auf, so. Und dann habe ich erst gecheckt, ne, kennst du ja, Flüchtlingskinder, so. Dann stimmen manche Daten nicht. Und ich war immer, ich dachte, ich wäre immer Skorpion, aber bin eigentlich Schütze. Du bist Schütze? Das hattest du mir letztes Mal nämlich auch schon erzählt bei Verschimilie Show. Ich habe es aber nicht geglaubt. Ich dachte, du verarschst mich oder so. Ja, das denken viele, wenn ich auch ernste Sachen erzähle. Auch über meinen Schmerzen. Lustig. Es ist das Traurige. Ja, nee, ich bin Schütze. Also du bist aber trotzdem perfektionistisch, darauf wollte ich nicht rauskommen. Also ich bin bei mir, also wenn ich auf Tour gehe, die letzte Show, ne, jetzt vorletztes Jahr habe ich 70 Shows gespielt. Die letzte Show war, ähm, war, so sollte es dann sein. Ne? Die allerletzte Show, da bist du dann, okay, bei der 70. Show, du hast 70 Shows gespielt. Alter, das ist krass. Ja, ich war auch platt. Ich war wirklich durch. Und du spielst richtig Arenen, du spielst riesengroße Hallen. Hm. Ja. Was darf für dich auf einer Tour nicht fehlen? Hast du so Star-Allüren, musst dein Backstage komplett in weiß sein, brauchst du weiße Tauben, brauchst du diesen bestimmten Champagner, was brauchst du auf Tour, um dich richtig gut zu fehlen? Weißt du, was bei mir das A und O ist, ne, so entscheide ich mich auch, wer mitkommt oder frag an, ne, wer mitkommen möchte. Vibe ist für mich das wichtig. Ich möchte, das ist so für das ganze Team, das ist Lebenszeit. Ich habe keinen Bock auf irgendwie negative Vibes, ne. Ich möchte wirklich, dass wir die Reise machen zusammen und sagen, hey, das hat mir was gegeben. Das ist zuallererst. Und mein Rider ist easy. Cashew-Kerne, Wasser, fertig. Bananen. Bananen. Deswegen war ja hier auch Bananen. Ich wollte gerade sagen, hier die Liste war wirklich ungesalzene Cashews. Das ist doch auch abgefahren. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Das ist einfach ein abgefahrenes Leben. Das ist so ein krasses Privileg. Du darfst mit Menschen, die du liebst, irgendwie Sachen machen. Du darfst Menschen zum Lachen bringen. Du darfst Menschen unterhalten und entertainen und berühren. Das ist krass. Das ist einfach krasses Privileg. Hast du ein paar kleine Spoiler auf der Tour, was uns alles so erwarten wird? Natürlich gibt es alle Figuren und so. Ich glaube, bei der nächsten Tour werde ich noch mehr Teddy zeigen. Oh, so persönlicher. Viel, viel persönlicher. Sind wir jetzt soweit in einem gewissen Alter? Möchte man sich auch öffnen? Ja, habe ich bei der letzten Zwischung gemacht. Aber jetzt langsam kommt es. Ja. Die Erlaubnis. Wo man sich wohler fühlt damit. Ist das auch ein Grund, warum du mit heute hier bist? Also fühlst du dich wohler, mehr von dir zu zeigen, anstatt von deinen Charakteren? Ne, wer steht mir die Show, war es ja auch so. Bis auf ein paar Momente, als ich als Percy irgendwie was gemacht habe. Aber ich habe mir das vor drei Jahren auf die Liste geschrieben. Und da stand oben auf meiner Liste fürs Jahr, das Schönste, das du den Menschen zeigen kannst, ist dich selbst. Oh, nice. So, und das kann man aufs Leben übertragen. Wenn du dich zeigst, dann ist das das schönste Geschenk, das du machen kannst eigentlich. Ich meine, ganz ehrlich, wir haben immer so viel Teddy kennengelernt, aber wenig von dir. Deswegen ist es, glaube ich, auch für die Zuschauer so spannend und für die Zuhörerinnen natürlich, wie du generell als Person bist. Und ich sage dir ehrlich, auch in der Vorbereitung hier für diese Episode war ich, okay, mit wem werde ich dieses Interview führen? Ah, okay. Weil ich führe ja keine Redaktionstalks oder Calls vorher, wie das man vielleicht in anderen Formaten führt. Weil ich finde, auch wenn die Leute es manchmal dann so in den Kommentaren schreiben, oh, man merkt, dass sie sich gerade das erste Mal sehen oder was auch immer. Ich finde, das ist dieses so sehr Authentische. Und ich war die ganze Zeit, okay, auf wem bereite ich mich heute vor? Und deswegen bin ich so überrascht, dass es wirklich Teddy ist heute. Ja, eigentlich ist es ja immer, aber auch die Comedy, die ich mache, ist ja auch Teil von mir. Es ist so, wir sind ja alles so viel. Du hast ja auch ein Image. Mensch, du machst ja ein Bild von Sheeran David. Das kannte ich, bevor ich zu Wer steht mit der Show gekommen bin. Ich habe das von all deinen Werken, da passiert da automatisch ein Bild, so wie ich auch meine Figuren spiele und Leute bekommen ein Bild von mir. Ich entscheide mich ja für die Videos und keine Ahnung. Und du hast mich genauso überrascht. Ich war so, okay, krass, das hätte ich so nicht erwartet. Aber trotzdem, wenn man dich dann kennenlernt und die Videos sieht, denkt man, ah, okay, stimmt, da hat man es auch schon gesehen und gespürt. Weißt du, was ich meine? Verstehe. Man sieht so Nuancen in jedem einzelnen Charakter. Okay, verstehe. Eine andere Parallele, die wir auch noch haben, ist unser YouTube-Werdegang. Weil wenn wir uns hier mit 2014 als OG-YouTuber bezeichnen, warst du 2011 nochmal auf einem ganz anderen Film und viel weit davon. Und das war auch das, wo ich dich kennengelernt habe natürlich mit dem Migrationstest, ganz klar. Was war für dich das Ding, dass du auf YouTube gegangen bist? Weil für mich war es immer Freiheit und Selbstkontrolle und Selbstbestimmung, was ich halt von mir zeigen will. Bei mir war es nach der, also wir sind 2010, ich habe die Schauspielausbildung gemacht und damals war es so, ah, Teddy, mit deiner Hautfarbe wird schwer, die und die Rollen zu bekommen. Und ich war so. Wer hat dir das damals gesagt oder mit wem hast du das Gespräch gemacht? Regisseur, du wusstest ja, wie die Branche funktioniert. Aber waren die so, dass sie dir das offen gesagt haben oder war das so? Nee, die haben es mir offen gesagt, aber es war eher so, ah, es wird schwer. Es war nie negativ, sondern es war so, das war halt das, was es war. Und ich habe sie auch gesehen, ich habe die Rollen, die ich gespielt habe, waren so Drogendealer oder, war auch eine schöne, ein Drogendealer hat mir richtig Spaß gemacht. Ich wusste aber, weil meine Realität eine andere war. Ich habe ja unterschiedliche Menschen in meinem privaten Leben unterhalten mit meiner Art. Deswegen wusste ich, Fernsehen ist noch ein bisschen zurück. Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe keinen Bock zu warten. Ich gehe auf YouTube und kreiere Figuren. Nice. Weißt du so? Und dann musste ich niemanden fragen. Ich kann einfach Figuren kreieren, so wie ich sie spielen würde. Und dann habe ich einfach losgelegt. Und das Interessante bei Antoine, wusste ich irgendwie, Antoine, ich hatte sogar Schiss, den rauszubringen, weil ich gedacht habe, Antoine, der kann echt gut funktionieren. Aber dass es dann so mit dem Integrations-Tab ging, war ich so, okay. Krass, also das heißt, du hast ja eigentlich auch eine eigene Plattform geschaffen, um gesehen zu werden, um gehört zu werden. Das hat unfassbar funktioniert. Und ich sage auch immer, deutsche Medien wissen immer nicht, was sie brauchen oder was sie wollen, bis sie sehen, dass es funktioniert. Und in dem Moment, wo du dann angefangen hast zu funktionieren, dann kamen die Anfragen, kamen diese TV-Anfragen, kamen die davor oder danach? Die von der ersten Staffel? Ja. Nee, das Lustige war, ich habe ein Motorrad verkauft, um ein Demoband zu machen. Weil das war so, ja, ja. Ich habe das verkauft und da habe ich gesagt, okay, ich mache Figuren und ich mache ein Demoband. Und dann bin ich mit diesem Demoband zu einer Produktionsfirma und habe gesagt, hey, niemand kannte mich, ich hätte gerne eine eigene Show. Und dann die so, okay, zeig mal. Und dann habe ich denen das gezeigt. Die erste Produktionsfirma hat es gefallen. Die so, okay, wann machen wir was zusammen? Und am Mittag hatte ich noch einen Termin bei einer anderen Produktionsfirma. Und der Typ, der sich es angeguckt hat, das waren meine längsten sieben Minuten. Der hat nicht einmal gelacht. Oh mein Gott. Der hat sich so anguckt und ich saß daneben und der, ich wollte nur nach Hause. I'm so sorry. Ja, aber der war irgendwie wichtig in meinem Leben, glaube ich. Weil das für dich so jemand war, der wie sein kann, wenn jemand das nicht feiert? Schwere Momente, Herausforderungen brauchst du ja genauso im Leben, um nochmal irgendwie, weißt du, Power zu bekommen, nochmal was zu verändern, vielleicht auch selber zu wachsen. Vielleicht ist das tatsächlich was, was du noch nicht kannst. Und dann haben die gesagt, wir machen es. Damals war YouTube nicht so groß. Also es war noch nicht so gehypt. Und dann hat ZDF Neo ein TV-Lab gemacht. Die haben gesagt, okay, ihr dürft jetzt alle Shows einreichen. Dann haben 100 Produktionsfirma-Shows eingereicht. Von denen wurden 10 genommen. Und von den 10 habe ich gewonnen. Krass. Ja, aber ich habe gewonnen, weil damals dieser Hype war auf YouTube und es war das erste Mal, dass die Online-Voting gemacht haben. Und ich hatte gerade so diesen Online-Hype und die haben nicht damit gerechnet. Deswegen gab es irgendwie den Integrationstest und parallel diese Show. Aber es hat damals auch ein bisschen gedauert. Deswegen habe ich einfach meine Live-Show geschrieben und bin auf Tour gegangen. Okay, krass. Also das war so für dich auch der nächste Step, auf Tour zu gehen und das Ganze live zu übertragen. Ja, das war klar für mich. Weil du ja auch gerade die Problematik an... Erzähl. Du hast ja auch gerade die Problematik angesprochen mit schwarzer Haut in Deutschland. Was war für dich eines der größten Hindernisse oder was waren die Sachen, die du opfern musstest oder beiseite legen musstest, dass du jetzt an der Position bist in Deutschland, an der du jetzt bist? Das über mich selber stolpern, um ehrlich zu sein. Ich habe Gott sei Dank ganz früh verstanden, dass ich kein Opfer bin. Ich habe dem ganz wenig Wert gegeben. Also so weit, dass ich es manchmal sogar nicht gesehen habe. Weil ich gedacht habe, ich habe ein Ziel irgendwie. Ich will was aus meinem Leben machen. Ich habe gar keine Zeit jetzt, mich damit zu beschäftigen, dass jemand mich nicht mag aufgrund meiner Hausfarbe. Also ich hatte das irgendwie schnell abgelegt. Und die Momente, die ich hatte, diese schmerzhaften Momente, wo du nicht verstehst, ey, was geht eigentlich ab? So bevor man sich kennengelernt hat, hat man schon einen Stempel und wird nicht gemocht. Ich hatte noch so einen Moment mit 18, wo ich gemerkt habe, dass es mich traurig macht. Und irgendwann mal habe ich verstanden, dass das Leben was für mich vorbereitet hat. Und dann war es so, ja. Und auch mit Comedy kannst du halt super viel verarbeiten, weißt du so. Das stimmt, ja. Und jetzt kann ich einfach das nehmen und umwandeln. Also es passiert was und du formst das. Und eigentlich ist das auch so eine Lebenseinstellung. Egal mit was. Du nimmst das und wandelst das um. Können wir ja. Die Skills haben wir alle. Müssen wir halt üben ein bisschen und dann geht's. Ich habe das Gefühl, bei dir hat es auch nicht lange gedauert, in Deutschland so einer der besten Comedians zu sein überhaupt. Weißt du, wirklich diese Relevanz zu haben, die du halt hast. Das geht ja bei einigen schneller, bei einem weniger schnell. Kommt ja immer so drauf an, wie viel Glück man hat, ob man die richtigen Leute trifft, welche Entscheidungen man selber trifft und wie du sagst, dann sich auch zu entscheiden, okay, wo legt man halt den Fokus drauf oder nicht. Das ja eigentlich eine extrem persönliche Entscheidung ist, in dem Moment zu sagen. Voll. Also es ist schön zu hören, wie du das wahrgenommen hast. Weil bei mir war es, ich wollte nicht dazugehören. Das war das Ding. Du wolltest deine eigene Lane und dann, was ich bin nicht wie ihr, ich mache mein eigenes Ding. Nein, ich fühle das hart. Weißt du was? Ja, weil ich konnte mich nicht identifizieren mit dieser Comedy-Welt. Und er kann das an niemanden, weil viele fühlen auch meine Sachen nicht. Und ich habe viele Kolleginnen und Kollegen, die ich liebe, die ich ganz, ganz toll finde. Jeder hat seine Berechtigung und jede. Aber nehmen wir jetzt den Comedy-Preis zum Beispiel. Früher mit Harpe Kerkeling, Helge Schneider und all das und Anke und Bastian und so. Ich habe da gewartet und habe mir die Shows angeguckt. Und später habe ich gemerkt, dass ich da rausgewachsen bin. Ich fühle, da war niemand drin, wo ich das Gefühl hatte, ich fühle mich repräsentiert oder ich kann mich identifizieren. Deswegen war ich nie so, ich war immer so, hey, alles gut zu euch. Ich mache mein Ding. Ich will gar nicht. Und ich hatte diese Haltung auch zum Fernsehen. Weil ich hatte, so weißt du ja selber, ich habe meinen YouTube gemacht, ich durfte auf Tour gehen. Mir ging es voll gut. Es ist ja auch das Spannende, so, dass man dann an einem Punkt sein darf, ist, dass diese eigentlichen Medien gar nicht mehr so wichtig sind. Krass. Das ist richtig abgefahren. Es ist ein schönes Gefühl, weil das auf Augenhöhe ist plötzlich. Davor war es eben so, ey, kann ich mitmachen? Und jetzt ist es auf Augenhöhe und es ist viel gesünder. Ja. Es ist einfach gesünder so, deswegen. Ich habe einfach Bock, mit guten Menschen zusammenzuarbeiten. Ich habe Bock auf eine gute Zeit. Und ich bin die ersten Jahre nicht der Kohle hinterher gerannt. Ja. Das macht einen großen Unterschied, Leute. In den ersten Jahren kommt es nie drauf an. Es kommt genau darauf an, was du gemacht hast, deine eigene Lane zu schaffen. Voll. Die es nicht gab, die es auch nicht geben wird. Das kannst nur du gehen. Das finde ich krass. Das finde ich nachhaltig. Und das finde ich auch voll reflektiert und voll schön auch, wie du das gerade beschrieben hast. Das ist schon nice, wenn die Anfragen dann jetzt von denen kommen und nicht mehr andersrum. Das ist schon cool. Ich muss, ich sage so, die kamen immer von denen. Oh. Wenn ich das Mic droppen könnte, will ich es droppen. Oh, drop it. Drop it. Aber ich habe gesagt, dass es kaputt geht. Du machst von weiter unten, ne? Tschüss. Nein, nein, muss gar nicht. Das war nur ein Spruch. Es ist halt auch wichtig, auf sich zu gucken, nur sein Ding zu machen. Also, Kinders, schneidet euch eine Scheibe ab. Ich finde, das war ein sehr, sehr guter Talk und auch ein sehr, sehr guter Rat, ehrlich gesagt. Dankeschön. Ja, ganz wichtig. Also, es ist nichts Schlimmes daran zu fragen, ne? Nur, dass die, die sich gerade denken, weißt du, dass das irgendwie nicht cool ist. Ich bin ein Mensch, der kreativ ist und einfach selber kreieren will. Ich habe immer Ideen. Ich mache immer irgendwas. Deswegen kommt es sehr selten vor, dass ich sage, kann ich bitte irgendwo mitmachen? Weil ich habe immer, dann mache ich Musik, dann mache ich irgendeine Nummer, dann schreibe ich meine Live-Show. Ich mache immer irgendwas. Und dann gibt es einfach die Künstlerinnen und Künstler, die ein Teil von einem Ensemble sein wollen, was total schön ist und nice. Und deren Weg, das ist cool. Genau so wie das andere. Period. Sollen wir mal wegschmeißen? Nichts. Wir haben ja schon einige gute Tipps von ihr bekommen. Aber ich glaube, was in dieser Zeit sehr, sehr wichtig ist, sind Tipps vom Profi. Und zwar, wie gehe ich heutzutage mit einem richtig saftigen Shitstorm um? Pressure. Pressure. Du hast, glaube ich, noch nie in deiner Karriere einen Shitstorm gehabt. Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Also wenn du es nicht weißt, hast du definitiv keinen einzigen Shitstorm gehabt. Ich habe einmal einen Moment gehabt, wo ich, da gab es einen, da gab es einen Gamer und der hat als Antoine GTA oder so gespielt. Liebe Grüße an ihn. Sehr netter Typ. Und ich bin damals, haben mich ganz viele Nachrichten erreicht und habe gesagt, hey, ich wusste gar nicht, dass du GTA spielst. Und ich bin so voll gar kein, also ich zocke nie. Ich habe ja auch Angebote, hey, willst du und du bekommst Geld dafür und ich mache ja bewusst, ist nicht mein Film. Kein Gaming-Girly. Ist nicht mein Ding. Okay. Auch eine bewusste Entscheidung. Und ich war so, ah, blöd. Die Leute denken gerade, dass ich da drin bin. Und er hat halt so eine Figur kreiert, als Antoine und hat den Anton genannt und hat dazu gesprochen, wie Antoine spricht. Und hat den gut nachgemacht. Und ich war dann so, fuck, wie gehe ich damit um? Weil ich fand es ja schön, dass er es macht, aber das ist halt immer größer geworden. Und dann habe ich irgendwie mit meinem Team gesprochen und ich sagte, hey, irgendwie können wir ihm sagen, dass er es, wenn es geht, nicht mehr macht. Können wir ihn verklagen? Nee, ganz bewusst nicht. Das habe ich ganz bewusst gesagt, hey, weil ich sehe ja, das ist ja ein Liebesbeweis. Der macht es ja, weil er es mag. Weißt du so? Und dann habe ich gesagt, bitte sag dem einfach nur, der soll es lassen. Dann ist es cool. Ich habe keinen Bock auf Verklagen. Keine Ahnung, wie sein Leben ist. Ja, ja, weißt du ja nie. Sollte ich mir mal notieren. Ich will immer so auf Verklagen. Oh, das ist nice von dir. Nein, ey, wenn du von da kommst, meine Mutter war putzfreue Leben lang. Ich fühle mich gerade wie so ein richtiges Arschloch. Nein, musst du nicht. Ein richtig mieses Arschloch. Erzähl weiter, ich bin einfach ruhig. Ich weiß ja nicht, was die bei dir machen. In dem Fall war es so. Dann hat er ein Video gemacht und hat gesagt, ich muss das runternehmen, weil ein Team von Teddy hat mich angerufen. Und dann war halt so ein Hass-Ding in meine Richtung. Und dann war ich so, okay, so fühlt sich das also an. Dein erster Babyship-Song. Ja, süß. Ja, er war süß. Nein. Nee, und dann voll. Aber es war interessant. Das war es dann auch. Also keine Tipps. Doch, ich habe einen Tipp. Ist nicht die Realität. Es juckt einfach nicht. Es juckt einfach nicht. Es ist einfach, es fühlt sich größer an, als es ist. Und es fühlt sich nur so groß an, wenn man zu lange da an dem Handy ist und das liest. Ich habe mal gehört irgendwie, dass ein negativer Gedanke hat deine vier Affirmationen bereit. Das heißt, du hörst was Negatives, sag dir vier positive Sachen, damit das ausgeglichen wird. Ist aufgeschrieben. Weißt du so? Und deswegen gucke ich auch nicht so viele Nachrichten. Weil umso mehr Bullshit du dir reinziehst, auch die ganzen Sachen liest, wie Menschen dich beleidigen, weil sie denken, die sind gerade sicher zu Hause und schreiben so, hey Ding, deine Mutter ist das, dein Vater ist das, du bist auch das. Und alle, was geht, was geht ab. Nicht so viel wertgeben, es juckt einfach nicht. Du gehst raus und denkst so, stimmt, es juckt wirklich nicht. Niemand juckt es da draußen. Ich habe das Gefühl, wenn man so eine Woche oder zwei mit Teddy verbringt, ist man danach so ein besserer Mensch. So den Vibe bekomme ich gerade, wenn ihr den Vibe auch habt, dann schreibt es in die Kommentare. Beim Thema Shitstorms, ich hatte einige, bei mir sah es ein bisschen anders aus. Ich habe tatsächlich auch Shitstorms, die wirklich berechtigt waren. Also das ist so, weil ich aber auch von Anfang an immer sehr persönlich war. Bei mir war es ja wirklich, seit ich 19 bin, bis jetzt bin ich ja groß geworden im Internet und die Leute haben alles mögliche mitbekommen. Und wenn du von 19, ich bin jetzt 28, so groß bist, dann machst du halt auch sehr, sehr viele Fehler. Du redest über Dinge, die du nicht besser weißt. Deswegen, ich sehe das bei vielen Sachen, die jetzt so unnötig waren, wie dass der Hate dann auf deine Seite kommt, wo du einfach nur nicht als Gamer irgendwie dastehen wolltest, weil es nicht zu deiner Karriere passt oder zu dem, wofür du stehst. Das ist natürlich schade, wenn das geflippt wird. Und bei mir ist das so eine Hälfte von wirklich richtig krass unnötigen Shitstorms. Aber ich muss auch dazu sagen, ich habe auch viele, viele Sachen einfach wirklich falsch gemacht. Deswegen habe ich, glaube ich, auch eine ganz gute Mitte gefunden. Also ich würde sagen, in dem Moment, wo man wirklich Kacke gebaut hat, finde ich es immer wichtig zu reflektieren, richtig ehrlich mit sich zu sein und erstmal nach so negativen Kommentaren, die unangenehm sind, immer sich kurz hinsetzen und zu denken, okay, was ist der Kontext, sieh das größere Ganze, was hast du falsch gemacht, was musst du noch lernen und du musst was lernen. Und bei der anderen Hälfte einfach ignorieren. Und da bin ich sehr gut drin. Du einfach so, du wirst den Shitstorm nicht geben. Wir leben halt in einer Zeit, in einer schweren Zeit, weil wir uns gegenseitig nicht mehr erlauben zu leben und aus Dingen zu lernen, die wir nicht richtig machen. Eine ganz krasse Zeit eigentlich. Wir sagen unseren Kindern so, hey, probier aus, nee, dann mach das, mach dir keine Sorgen, mach einfach weiter, das gehört dazu, du fällst hin, stehst wieder auf. Und jetzt sind wir in einer Zeit, wo man sagt irgendwas Falsches, auch manchmal wirklich aus Unwissenheit oder weil man so geprägt ist und die Leute gehen direkt drauf. Wie willst du dich als Gesellschaft weiterentwickeln, wenn du die ganze Zeit gebremst wirst und vor allen Dingen gehemmt wirst? Wie kannst du wachsen, wenn du die ganze Zeit bei jedem Move, den du machst, kritisiert wirst oder einen Shitstorm bekommst? Das funktioniert nicht. Das ist eine ganz, ganz krasse Zeit. Wenn Leute was reinschreiben über dich und dich erstmal beleidigen, also erstmal dann kannst du direkt löschen. Du hast einen Fehler gemacht, aber hol dir die richtigen Sachen. Du bist ja auch ein Mensch. Du machst ja nichts, weil du böse bist. Du hast halt einen Fehler gemacht, du hast nicht drüber nachgedacht vielleicht oder keine Ahnung. Sag mir einen, der keinen Fehler macht. Was ist das für ein Ding, Alter? Wir haben nichts zu scheiße wie Menschen. Also nächstes Mal rufe ich Teddy an, wenn ich einen Shitstorm habe. Vielen, vielen Dank für deine Shitstorm-Tipps. Gerne, gerne. Jederzeit meldet euch einfach. Wie ist die Nummer? 3, 7, 3, 7, 7 und 4, 3. Toll. Genug von uns, denn jetzt geht es um die Leute da draußen. Wir beide sind ja, finde ich, schon extrem gute Menschenkenner. Und deswegen haben wir uns gedacht, womit habt ihr da draußen eigentlich Probleme? Denn, let's be honest, wer könnte besser lebensnahe und authentische Ratschläge geben als Teddy und ich? Dafür seid ihr mit Memos in unsere D-Ems geslidet und das Team hat einige Juicy-Stories ausgewählt, die wir beide natürlich noch nicht kennen. Und genau diese Memos werden uns gleich vorgespielt, damit du und ich mal Weisheiten weitergeben können. Mein Vater hat kein Schamgefühl. Immer, wenn wir draußen sind oder so oder wenn ich irgendwo bin, jetzt letztens, wir waren im Freibad und, ähm, also egal, wo wir sind, er muss immer ganz laut irgendwelche Kommentare zu irgendwelchen Leuten drücken oder so. Oh mein Gott. Und das ist, also das ist schon ein Problem, weil zum Beispiel, da war eine Frau und das ist das Problem, er sagt halt auch manchmal Sachen, die einfach nicht gehen. Das wäre mein Untergang. Das, so ein Dad wäre dein Untergang? Ich war so ein schüchternes Kind, ich wäre ohnmächtig. Wenn mein Vater so gewesen wäre, aber hey, ich wäre ohnmächtig geworden auf jeden Fall. Ey, also erstmal mein herzliches Beileid, weil ich kann mir nicht vorstellen, wie schrecklich das sein muss. Das ist ja so schrecklich und wie du dich fühlen musst. Ich weiß nicht mal, ob es dafür einen Tipp gibt. Ich würde dir gerne helfen. Ja, weißt du was? Aber ich bin, ich glaube, at this point. Aber weißt du was? Ich hatte heute im Hotel oder gestern so einen Gedanken, dass die Sachen auch in der Jugend, die einen nerven, Eltern, die einem was sagen und keine Ahnung, die so richtig abfuck sind. Wenn die weg sind irgendwann mal, ich merke, dass ich bestimmte Dinge vermisse. Also bestimmte Sachen, die auch erst abfuck sind. Hier, wie gesagt, ich wäre viermal am Tag ohnmächtig geworden. Und die Frage ist nur später. Also einmal härtet sie ab, sie wirkt ein bisschen schüchtern. Ich sag dir ehrlich, entferne dich von diesem Vater. Entferne dich von diesem Mann. Entferne dich. Geh einfach, geh nicht mehr mit ihm raus. Geh vor allem nicht in Freibad, wo er irgendwelche Kommentare machen könnte. Also ich bin so, wenn Leute sich so benehmen, ich will mit denen nichts zu tun haben. Ist es ein Problem, dass es mein Vater ist? Könnte so sein. Aber du musst in dem Moment entscheiden, was ist wichtiger. Dein Gesicht oder dein Vater. Und Herr Papa, wenn Sie das hier sehen, hören Sie einfach auf damit. Das ist schrecklich. Hören Sie auf. Das ist für uns sogar gerade schlimm. Das ist wirklich, ich werde hier ganz nervös. Ich kriege die rote Flecken. Ich auch. Also bei mir, klar. Ich bin ganz gestresst. Jetzt nicht rot, aber anders. Ich bin nervös jetzt. Okay, und weiter geht's mit Tennis. Hallo, hallo Shirin und hallo GästInnen. Ich muss euch eine kleine Story erzählen und dann eine Frage stellen anschließend. Ich war am Samstag fett. Pinti machen. Hab mein Klein-Ass zu. Ich darf das geschenkt auf den Takt auf und ab. Und hab so wie eigentlich gefühlt jedes Wochenende mal wieder meine Geldbeutel verloren. Mein Geldbeutel hab ich dadurch verloren, weil es kostenlose Kondome an der Bar gab. Und ich dann meine kompletten Taschen geleert hab, um die mit Kondom zu füllen. Obwohl mein Z*** eben absoluter Lash ist. Ja, jetzt wollte ich einfach nur mal fragen, habt ihr Tipps und Tricks, wie man beim Saufen nicht sein Zeug verliert? Weil das ist doch nicht normal, jedes Wochenende da irgendwie beim Rathaus zu sitzen und sich einen neuen Ausweis anzubetragen, wa? Ich grüße euch. Ich küsse ein Herz und die Tour war unfassbar. Dieses Jahr bitte nochmal mit neuem Album. Aber zack, zack. Der wollte einfach quatschen. Der hat kein Problem. Ich wollte eigentlich sagen, Safe S*** ist toll, ich weiß nicht, keine Ahnung, ist es... Ja, aber auch keine Ahnung, was will der mit 100 Kondomen? Safe S***. Was für D***? Safe S*** ist gut. Der soll ja zu, ganze Packung. Nee, nee, oben, Stapel oben. Ganze, ganze Ding. Scheiß auf mein Geldbeutel. Ganze... Was für Safe S***. Der wollte ein komplettes Dorf ausstatten mit dem... Der wusste nicht mal, was er damit machen will. Der hat einfach gesagt, ich nehme es mal mit und dann gucken wir mal. Aber ich glaube, wir können es benutzen. Ja, Gabelstapler. Und was ist, wenn du die dann einfach verkaufst und dann würdest du dir wieder Geld bekommen? Oder, was mir geholfen hat, ist eine kleine Inntasche. Kennst du so früher diese coolen Typen, so in Filmen, die so aus ihrer Inntasche so richtig serious was rausgeholt haben? Eine Inntasche. Bau dir eine Inntasche ein. Zu deiner Frage, was du mit dem Portemonnaie machst, dass es nicht verloren geht. Inntasche. Und mit diesem Lash-S***-Life und Safe-S***-Ding kann ich dir leider keine Tipps geben. Hol dir eine Inntasche. Hol dir eine Inntasche. Ganz ehrlich, bei der Geschichte... Einfach hol dir eine Inntasche. Einfach Inntasche. Einfach Inntasche einnehmen. Ich weiß nicht. Also ich finde, das waren hier schon mal sehr gute erste Nachrichten, die wir uns hier anhören dürfen. Ich bin gespannt, was ihr noch so ausgewählt habt. Ey, Shirin, ist eigentlich 2024 noch in Männern hinterher zu laufen? Oder lassen wir die hinten stehen? Also erstmal, es war noch nie in, zu keinem Zeitpunkt, in keinem Jahr, auch zu keinem Monat oder keiner Woche irgendeinem Mann hinterher zu laufen. Siehst du das genauso? Also ich laufe keinem... Also wenn, dann würde ich... Ich stehe auf Frauen halt, ich laufe einer Frau hinterher. Wenn ich verknallt bin, dann total gern. Auch wenn du verknallt bist, wir laufen keinem Männern hinterher. Stimmt, ich habe auch gerade meine Meinung geändert. Wir machen sowas nicht. Weil wir sind in Dirty Talk. Warum machen wir sowas nicht? Also als Frau, ich soll Mann hinterher... Wenn du den liebst, richtig? Nicht hinterher, nicht hinterher, aber hingehen, sagen, hör zu, hey, sollen wir was trinken gehen? I've been there, done that, ich bin durch damit. Bei mir, ich spreche nicht für alle anderen. Aber ich bin hier und wenn du nicht checkst, dass da was ist oder vielleicht da was sein könnte und du da nicht die Initiative ergreifst, ich ergreife sie auf jeden Fall nicht. Aber wie soll das... That's on you. Guck mal, es gibt ja sowas wie Energien, es gibt ja sowas wie Körpersprache, es gibt sowas wie Blicke, es gibt sowas wie Feingefühl damit. Ja, aber kennst du das manchmal? Manchmal checkst du dich, du denkst so, hey, ja, das fühlt sich total gut an, aber es kann doch einfach freundschaftlich sein. Aber dann frag doch nach. Aber auch da hast du ja keinen Bock auf die Blöße dann plötzlich. Hey, kann sein, dass du auf mich stehst. Achso, und ich soll mir die Blöße geben. Ich rede von dem Moment, du siehst jemanden und du denkst, wow, krass. Ja, ich möchte, dass das derjenige von mir denkt. Aber was ist daran so schlimm? Weil ist das nicht ein altes Denken auch, dass das eine Frau oder ist das ein persönliches Denken? Ich glaube, es ist ein persönliches Denken. Ich würde das gar nicht so auf jetzt was jetzt heutzutage sein muss, sondern und das meinte ich auch für jeden, ist das was anderes. Und es gibt auch Girlies zum Beispiel bei mir oder Freundin Burkanti, die sagen, ey, wenn ich jemanden richtig nice finde, ich bin da. Dann renne ich in der, springen, voll springen. Ich, weißt du, so. Aber es gibt dann auch so, wenn die sagen, mm-mm. Ich habe einmal einen Korb in Kanada bekommen, der so nett war von ihr, aber ich habe mich gefühlt wie so ein ganz kleiner Junge. Oh nein, und du denkst bis heute noch daran, aber es gibt diese Momente. Das gehört dazu. Die war auch wunderschön. Oh. Die war echt nett. Hat sie dir nett gesagt? Nee, die war so, ich bin hin und mein Kusage, klar, aller, geh hin. Natürlich. Und ich geh hin, mein Mut zusammengenommen. Ich so, hey, sollen wir mal, hast du Lust, dass wir mal was trinken gehen? Und die so, original, oh, süß, aber ich, oh, und ich so, ich so, ich so, hör auf damit, hör auf, in mir drin, hör auf, stopp, stopp. Und die so, ach, so süß. Ich bin aber in der Beziehung, aber wenn ich, dann hat sie gesagt, wenn sie nicht in der Beziehung wäre, würde sie es netzig. Okay, ich meine, das war dann wieder nett, oder? Ja, trotzdem, ich bin so weggelaufen, diese Dinger, die sind lauter einfach. Oh, I'm so sorry. Nein, das ist, nein, wenn jemand so macht, oh, das ist, oh, mein Herz. Das ist krass, ne? Aber das würde ich zum Beispiel auch nicht machen. Ich würde immer höflich bleiben, oder nicht, weil ich weiß auch, wie viel Überwindung das kostet. Aber ich sehe es halt nicht ein... Trauen sich viele Männer, dich anzusprechen? Nein. Nee, ne? Nächste Frage. Ihr habt ja nach Fragen gebeten. Ich hätte eine Frage. Habt ihr Tipps, wie man sich von einer dreieinhalbjährigen Situationship trennen kann, von der man bisher nicht wirklich losgekommen ist? Es läuft irgendwie nicht, es bewegt sich nichts nach vorne, außer on-off. Habt ihr irgendwelche Tipps, wie man sich lösen kann? Und PS, ich finde den Podcast super toll und hoffe, dass auch in nächster Zeit öfter hochgeladen wird. Vielen Dank, dass du den Podcast toll findest. Ich habe einen sehr, sehr guten Tipp, glaube ich. Such dir einen neuen. Das ist das Einzige, wie du über deine jetzige Situation hinwegkommst. Wenn du es nach dreieinhalb Jahren Situationship nicht geschafft hast, wegzugehen, hilft einfach nur eine Person von außen, die hier mit ins Spiel kommt und das Ganze mal ein bisschen locker macht und deinen Fokus woanders hinbringt. Und das wäre dann vielleicht nicht diese Person. Das gehört dreieinhalb Jahre on-off. Es reicht. Also das Ding war schon durch nach sechs Monaten. Es war nach einem Jahr durch. Und nach dreieinhalb Jahren ist er halt tot. Und es wird Zeit für dich. Es wird Zeit zu gehen. Preach, Sheeran, preach. Und wir haben jetzt unsere allerletzte Nachricht mit dem Problem. Also ich habe einen Typen über Wumble kennengelernt. Und seine Stimme ist einfach höher als meine. Was soll ich machen? Das ist die beste Frage. Ey, das ist die beste Geschichte. Die Stimme ist höher als meine, was soll ich machen. Und das ist das Krasse, ne? Weil das macht halt was, wenn jemand nicht die richtige Frequenz hat. Extrem. Das ist heftig. Wenn jemand die ganze Zeit so redet. Ich hätte halt gern Kontext gehabt. Es ist ja halt eine unfassbar geile Sau. Und du sagst, oh mein Gott, wenn er den Mund hält, dann ertrage ich das. Oder ist er ein Oinuch? Wir können ja sein. Also nicht meiner. Also du hast ihn kennengelernt. Er spricht jetzt höher als du. Aber ist es wichtig für dich? Oder ist er im Stress? Ja. Vielleicht ist er gestresst. Hey, hey, hey. Wenn jemand im Stress ist, dann geht die Stimme direkt hoch. Vielleicht muss sie ihn runterbringen. Vielleicht ist er eigentlich Barry White. Barry White. Checkt Barry White aus. Alle, die den nicht kennen. Großartiger Musiker. Kennst du ihn, Shane? Natürlich kennst du ihn. Aber was machst du da? Das ist so, wie man sagt, ich kann den nicht riechen. Das finde ich krass. Für mich, ich muss diese Person riechen. Ja, ja. Oh, wenn das nicht stimmt. Voll. Und das ist so gemein eigentlich, weil du nichts dafür kannst. Und das heißt auch nicht, dass jemand schlecht riecht. Es ist einfach nur nicht dieses... Was ist der beste Männerduft? Ich kann leider nichts darüber was sagen gerade. Okay. Ich weiß nicht, was aktuell auf dem Markt ist. Die juckt es auch nicht. Ich finde, das ist schon wichtig. Aber ich habe jetzt nicht die Experience gerade in meinem Leben, dass ich so wüsste, okay, das ist der beste. Das passiert mir gerade halt einfach nicht. Deswegen, I don't know. Okay. I don't know. Hast du einen guten Duft? Hast du einen guten Duft an alle Männern? Der so gut ist, dass du nicht mehr über diese zu hohe Stimme nachdenkst. Oh, okay. Ja, ja, voll. Ich stehe voll auf Vulcano von Kamin. Vulcano von Kamin. Googelt. Das ist eine sehr feurige Duft. Aber Vulcano hört sich schon auf jeden Fall sehr nach Testosterone und maskulin. Um 5 Uhr abends mache ich mir den drauf. Alles richtig feurig. Und das waren sie schon, die Probleme unserer Dirty Talk Community. Vielen, vielen Dank an alle Mutigen, die sich unseren kleinen Aufruf gestellt haben. Ich hoffe, wir konnten die Probleme gut lösen. Ja, wir hatten gute Tipps. Absolut zu befolgen. Wir waren auch ein bisschen verstört, muss man ehrlich sagen. Aufnahmen waren wir auch selbst irritiert ein bisschen. Und wenn ihr wieder Tipps braucht, dann meldet euch einfach bei Teddy auf Instagram. Direkt schreibt einfach. Oder unter der Nummer. Dann könnt ihr da ranrufen. Ja, wir gehen. Dann sehen Sie, nein. Hier ist es. Hier ist es. Ja. Vielen Dank. Und wir kommen auch schon zu der allerletzten Rubrik hier beim Dirty Talk. Die berühmte, berüchtigte Kategorie. NDAs. Ähnlichkeiten zu real existierenden Personen und Gegebenheiten sind rein zufällig und nicht beabsichtigt. NDAs. Ich habe so viele nicht wert. Ey, ich werde so viel erzählen. Hast du viele? Also hast du viele? Ich werde die komplette Branche auseinandernehmen. Ey, ich werde alles zerstören jetzt. Ich werde karrieren. Ey, ich bin so geladen. Ich werde so viel. Ey, ich kann mich nicht abfacken. Soll ich mit meiner anfangen? Gerne. Ich möchte sagen dazu, ich hatte ja schon einige NDA-Stories. Ich habe ja viele Kategorien in meiner Karriere. Ich habe ja Kategorie Rap, Kategorie Business, CEO, Behind the Scenes, Dirty, Vertrieb mäßig. Kategorie Schauspieler und Kategorie YouTube, da wo wir beide herkommen. Und am Anfang meiner YouTube-Karriere waren wir so eine richtig große Gruppe an YouTubern. Wir waren alle so 19, 20, 21, hatten einfach wie du wahrscheinlich Spaß, YouTube-Videos aufzunehmen. Und ich dachte damals, oh mein Gott, wir sind so eine coole Freundesgruppe. Das ist hier voll nice und jeder für jeden und einer für alle und so weiter. Und wir supporten uns halt gegenseitig. Und das haben wir auch getan. Wir haben gegenseitig YouTube-Videos gedreht und so weiter. Und das waren wirklich so die ersten drei Monate für mich in der Konstellation. Jetzt heutzutage, wenn so eine Story passiert, wäre ich gar nicht so, oh mein Gott. Aber damals war ich schon schockiert, weil ich das erst mal verstanden habe, was Freundschaft und Freundschaft im Business für einen Unterschied ist. Und ob es Freundschaft in dieser Industrie wirklich gibt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich finde es voll schwer. Aber muss man auch nicht erzwingen, entweder man vibet oder man vibet halt nicht. Auf jeden Fall hatte ich mit ganz, ganz vielen YouTubern zu tun. Und vor allem mit einer YouTuberin. Und es gab eine andere YouTuberin, die mit ihr so in Konkurrenz war. Alle ratten überlegen, wer es sein könnte. Auf jeden Fall haben die aber nach außen immer so richtig auf Freundinnen gemacht. Und es war wirklich so, wir sind so cool miteinander. Und wie gesagt, wir supporten alle einander. Und dann war ich mit der einen YouTuberin unterwegs. Wir waren außerhalb, ich weiß nicht, ob wir einen Job hatten oder einen Beauty-Termin. Auf jeden Fall waren wir unterwegs und es war das erste Mal, wo wir alleine waren. Und wir sind nicht mal in dieses Auto gestiegen. Wirklich, mein Fuß war gerade so drin, weißt du, so halb zwischen der Tür drauf. Und dann fängt sie so an, über diese andere YouTuberin zu lästern. Ich war schockiert, weil ich dachte auch, die sind Freundinnen. Und dann fing die so an, so wirklich, so persönlich. Ich möchte es ihr eigentlich gar nicht erzählen, was die so alles über sie ausgewacht hat. Und das war für mich das erste Mal, wo ich verstanden habe, okay, okay, du musst auf jeden Fall aufpassen, wem du was erzählst. Du kannst nicht mit jedem befreundet sein. Und ich muss auch dazu sagen, jetzt in dem Alter würde sie wahrscheinlich auch nicht mehr solche Sachen sagen, wie halt früher. Du bist halt 19. Ich weiß nicht, wie bei dir 19 war, aber bei mir war auf jeden Fall, mein vorderer Gehirnlappen war auf jeden Fall nicht entwickelt. Auf jeden Fall. Und das war, glaube ich, da auch so. Ich war so schockiert, was sie alles über diese andere YouTuberin ausgepackt hat. Und wirklich so drei Tage später kam wieder der nächst gemeinsame Video online. Und das war für mich auf jeden Fall so ein Moment in meiner Karriere, wo ich von Anfang an verstanden habe, ey, du bist cool mit den Leuten, aber watch your mouth. So, sei einfach bei dir, das, was für dich ist, bleibt bei dir. Deine Familie ist deine Familie, denen kannst du alles erzählen, aber über deine Probleme redest du nicht vor anderen. Voll auch gut, dass es so früh kam. Ja. Dass du das so früh gecheckt hast. Ja, und ich meine, guck mal, wir sind alle irgendwo mal kleine Lester-Queens und was auch immer. Aber ich finde, das muss immer in so einem höflichen und respektvollen Ausmaß sein. Ich glaube, ich weiß, wer es bei dir war. Wie kommst du denn auf? Naja, weil es gab nicht viele, die auf dem Level bekannt waren. Echt? Kann ich, also einmal... Und die andere ist, wie heißt sie denn nochmal? Sag es mir, Schiri. Ja, das Schlimme ist, man vertraut dann der Person nicht mehr, ne? Ich habe das auch, wenn jemand anfängt, über jemanden zu lästern, dann bin ich so richtig... Dann will ich den... Es ist interessant, was psychologisch passiert. Es ist wie, als würde ich mich nicht wegdrehen, mich nicht trauen, wegzudrehen, weil ich denke, der wird jetzt über mich direkt auch was Schlechtes sagen. Das ist halt komisch, weißt du, was ich meine? Das ist wie so, keep your enemies close, das Gefühl. Da bin ich so, ja, ich bleibe lieber dran, weil ich habe irgendwie Schiss, mich wegzudrehen. Sehr gut, versprochen. Aber es gibt ja nicht viele. Kanntest du dich damals aus mit YouTube-Deutschland? Also hast du so ein bisschen... Ich habe es gesehen, ne, du hast es mitbekommen, es gab ja nicht so viele. Ich war ja auch irgendwie indirekt ein Teil davon. Das Einzige, was ich nicht gemacht habe, was ihr gemacht habt und was ja auch der Style war, ist so, du hast viel über, man hat viel über sich selbst erzählt. Ja, super personal. Ja, und ich habe halt Figuren gespielt. Ja. Und man hat irgendwie in den ersten Jahren gar nichts gewusst über mich. Ja, das stimmt. Eigentlich außer die Figuren, ne? Ich hatte am Anfang, als es so losging, hatte ich... Kommen wir schon zu deiner NDA-Story? Ja, die ist so ähnlich, weil ich hatte am Anfang, diese Erfahrungen sind total wichtig. Ich hatte zwei solche Momente. Ich habe mit Leuten zusammengearbeitet, die wichtig waren damit, dass ich was lerne. Ja, ich habe Lehrgeld bezahlt. Und obwohl ich einen Vertrag auch nicht unterschrieben hatte, ging es dann auch so in eine Richtung, dass die dann von mir Geld bekommen haben und nochmal mehr sogar. Und ich war so unerfahren und dann war ich so, okay, aber ich nehme es an und es war gut, dass es am Anfang war. Ja. Das war meine... Das war für mich so, wo ich gesagt habe, okay, ich muss aufpassen. Ich kann nicht so naiv irgendwie da durchlaufen. Ja, Mann. Und ich finde, es gehört auch dazu, dass jeder Künstler, es klingt so beschissen, wird einmal in seiner Karriere abgezogen. Ja. Das ist what... Wir wurden alle schon mal irgendwie verarscht, abgezogen oder irgendwas. Aber wie du sagst, das muss passieren, weil wir lesen unsere Verträge jetzt... Viermal. Sogar Nachtlektüre. Ja, wirklich. Ja, Nachtlektüre ist gut, aber das kommt, das passiert mir auch nicht mehr. Ey, das ist auch, wenn ich manchmal an alle Künstlerinnen und Künstler... Es gibt Künstlerinnen und Künstler draußen, die sagen, ich möchte nicht so viel Geld ausgeben für einen Anwalt. Und manche haben auch das Geld nicht, weil ein Anwalt teuer ist. Aber ey, da würde ich nie sparen. Never. Never, never. Auf jeden Fall eine gute Anwältin ist das A und O und lest eure Verträge. Voll. Ich lese die auch, aber ich verstehe nichts, das ist das Ding. Ist nicht schlimm. Hauptsache, du hast sie gelesen. Hast du Jura studiert? Oder hast sie einfach, du liest einfach alles durch und checkst du Jura so ein bisschen? Nee. Nee, ich sag, ich frage sie halt, wenn ich was nicht verstehe, frage ich halt, was bedeutet das, Frau Betzenberger? Und dann sagt sie halt, das bedeutet das und das. Krass, hast du gerade einfach Promo für sie gemacht? Ja, aber ich mache immer Promo für Frau Betzenberger. Ehrlich? Shoutout, Frau Betzenberger. Ja, Betzenberger. Grüße gehen raus, Frau Betzenberger. Anwaltskanzlei, nur Frauen drinne, finde ich ganz toll. Ist tatsächlich auch die Anwältin von Bushido. Das ist das Einzige, was Bushido und ich gemeinsam haben. Aber sie ist eine ganz tolle Anwältin. Und sie sieht aus wie Claire von House of Cards. Hast du House of Cards geguckt, bevor Captain Spacey? Ja, sie sieht aus wie sie. Sie ist sehr hot. Ja? Ja, toll. Ich bin begeistert. Ich liebe sie ganz toll. Ich finde auch, eine gute Anwältin ist wirklich so wie dein Management und wirklich wie, das ist die wichtigste Person, die brauchst du. Der musst du dann ja auch sagen, nein, machen sie das und dann kommt vielleicht das mit. Der musst du ja auch strategisch sein können. Ja, und vor allen Dingen hat die deine ganze Welt im Blick, ne? Ja. Die kennt eben das und dann auch eben The Voice oder deine Musiksachen und die hat halt alles im Blick, ne? Ja, das ist ganz wichtig. Ja, welch ein Shoutout an Frau Betzenberger? Period. Auf jeden Fall. Ich habe einen Anwalt und bin auch sehr zufrieden. Deswegen Frau Betzenberger nicht, dass sie jetzt gerade gedacht haben, ich komme jetzt zu ihr. Ich bin bedient. Okay, vielen, vielen Dank für deine Story, dass du sie mit uns geteilt hast. Die war nicht so spektakulär, aber ich habe gedacht, aus Solidarität muss ich ja auch irgendwas droppen. Ist ja auch okay. Ich bin so, in diesem Podcast soll sich jeder fühlen, wie er möchte und das zeigt ja auch was Gutes, gerade jetzt nicht so vielleicht auf dem Turn sind, jemanden komplett auseinanderzunehmen, so wie ich jeden Monat. Dann akzeptieren wir das und ich freue mich über jeden Tipp, den du uns hier mitgegeben hast heute. Wie machst du denn jetzt weiter? Shirin, du hast mich gefragt, dann mache ich es jetzt. Am 20. Februar kommt meine Show auf Amazon Prime. Am 20. Februar kommt welche Show rauf? Danke, dass du nochmal fragst. Die Teddy-Teckel-Brand-Show auf Prime Video. Sechs Folgen. Sechs Folgen? In welchem Abstand? Die kommen immer, ich glaube, jede Woche zwei. Jede Woche zwei Folgen auf Prime? Das nenne ich eine saftige Sendezeit, meine Damen und Herren. Ich hoffe, es ist ein guter Deal. Und was kann uns denn erwarten in der Show? In der Show, natürlich die üblichen Verdächtigen, Antoine Percy, Ernst Schriedler und so. Ich habe ganz viele tolle Gäste. Ganz, ganz viele tolle Gäste. Nice. Meine Live-Show, für alle, es fragen gerade viele, was ist eigentlich mit der Aufzeichnung von vorletztem Jahr? Von der Live-Show, die kommt im März raus. Also gibt es eine Live-Show DVD? Genau, auf Prime, aber die gibt es auf Prime. Es ist keine DVD, die kann man da streamen. Okay, also auf Prime streamen wir nicht nur deine Show? Nein. Sondern? Auch die Live-Show. Auch die Live-Show. Und dann kommt auch noch was obendrauf, oder? Da kommt noch was obendrauf. Ich fühle mich, wie heißen diese Verkaufshows nochmal? QVC. QVC. Ja, hier sind wir richtig, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen bei QVC. Heute bei uns zu Gast Teddy Tech-Lebran. Hallo. Und wir verkaufen Ihnen heute ein paar Shows. Wir starten mit der Show am 20. Februar auf Prime. Sechs Folgen zweimal die Woche hintereinander verfügbar und streambar. Und nicht nur das, meine Damen und Herren. Denn auch im März gibt es die Live-Show. Endlich online auf Prime zu streamen. Und nicht nur das, Herr Tech-Lebran. Was haben wir denn noch? Wir haben noch Musik, die kommt. Das zum März gibt es Musik. Musik? Ja. Wir haben Musik? Wir haben Musik. Wir haben Musik von mir. Auf Englisch. Dirty, trägt sie. Gönnt's dir. Dann kommt im März auch noch. Im März 2025? Nee, 2024. 2024? Alles jetzt, die nächste Monate ist viel los. Was? Um Gottes Wille. Um Gottes Wille. Könnt ihr das glauben? Wir können es nicht glauben. Also ich kann es ja selber nicht glauben. Ja, was kommt denn da ins Ende? Muss man eben alles aus der Nase ziehen? Na, hör mal. Eine Kollektion, ich habe eine Kollektion gemacht. Du hast eine Kollektion. Nein, eine Kollektion. Aber sieht aus wie frisch aus dem Urlaub mit perfekter Haut und porenlosem Teint. Und ey, was hast du denn das letzte Jahr gemacht? Du hast gearbeitet. Ich habe gearbeitet. Verfix nochmal. Ich bin fertig. Ich bin fix und fertig. Also eigene Kollektion. Eigene Kollektion kommt raus. Eigene Musik. Eigene Musik kommt raus. Zwei Shows auf Prime. Auf Prime. Und dann kommt auch noch deine Live-Tour 2025. 2025 gehe ich auf Tour. Besorgt euch die Tickets für die Teddy-Live-Show 2025. Jetzt hält doch mal aus, so schüchtern zu sein. Ich bin zwischen sehr gerührt, sehr glücklich, aber auch so KVC-Weib. Ja, das ist nicht so schlimm. Guck mal. Das Gute ist, ich bin damit groß geworden. Ich schäme mich gar nicht, was zu verkaufen. Weil wenn ich was verkaufe, dann verkaufe ich es euch. Woher hast du das? Das Verkaufen? Ja, ich war früher auch broke. So wie du halt auch. Das wäre jetzt komisch gewesen. Auf jeden Fall. Also wir können sehr viel Teddy dieses Jahr erwarten. Dann auch noch nächstes Jahr. Also Urlaub steht bei dir nicht an. Urlaub steht gar nicht an. Ist nicht so schlimm. Man ist ja nur, nein, Selfcare ist wichtig. Aber ich hoffe, du verdienst den Urlaub. Aber erstmal reißt du jetzt erstmal ab. Erstmal Gas geben. Also herzlichen Glückwunsch zu diesem unfassbaren Projekt. Ich bin so gespannt auf deine Musik. Ich fasse es nicht. Aber danke, Shirin. Danke. Ich bin auch gespannt. Ich bin auch nervös ein bisschen. Ja, glaube ich dir. Ich freue mich sehr. Ich freue mich, die jetzt rauszubringen. Nice. Also Congrats, Leute. Checkt auf jeden Fall Teddy auf Instagram ab. Und dass ihr ja immer schön dran bleibt bei allem, was gerade rauskommt. Leute, nicht vergessen, Musikstream abbern. Wenn ich das wüsste. Leute, ich poste es dann. Ich weiß es noch nicht. Okay. Aber, oh, doch, ich weiß es. Du weißt es. Oh Gott. Ich bin jetzt mit dem Management. Das reicht uns. Ich erinnere mich. Zur Show. Am 20. Februar kommt der erste Song. Ehrlich? Und im letzten Block, dann kommt noch der andere Song. Genau so. Also es gibt zwei Songs. Erstmal zwei Songs und dann später nochmal so drei. Oder ich probiere so eine EP zu machen. Geil. Sehr, sehr nice. Ja. Also Leute, es bleibt spannend. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Dankeschön. War sehr schön bei dir. War richtig cool. Freut mich. Ich hoffe, du hattest Spaß. Ja, super nice. Nice. Wir hatten auch Spaß mit dir. Mach mal den Lärm für Teddy. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Checkt Teddy auf Social Media ab. Und vergesst nicht, Dirty Talk zu abonnieren, damit ihr bloß keine neue und unfassbare Folge vom Dirty Talk Podcast verpasst. Und bis dahin wünsche ich alles Gute. Wir verabschieden uns und sagen auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Schön. Macht's gut. Macht's gut. Es war richtig, richtig cool. Auch so der ganze Cast war super angenehm. Ich versuche, das kurz gerade nur so zu überspielen. Dieser Ring, Moment. Nee, den musst du nicht überspielen. Den lassen wir drin. Okay, alles geht bei dir. Lange nichts mehr getrunken, hä? Kurz mit einem Schluck die Dose. Das ist eine 05er-Dose. Was war da los? Was war da los? Andy Ace. Keine Storys, keine Fotos, keine Tapes. Betzenberger, klärt schon. Check mal deine Mates. Ob Innes, Esser, Brücken oder Bates. Hättet ihr mal lieber Andy Ace. Das ist eine 05er-Dose. Was war da los? ß2-Dose. Angst, ja. Terror 15, 20, 20, 20, 20, 21, 20, 20, 20. h0. Wenn duosparentoscen.